Ja, der Plan geht auf. Volleinschlag eben, Jungs. Wie es aussieht, könnte das vielleicht sogar mein größter Fisch werden. Das Beste kommt immer zum Schluss. Das ist Hechtangeln, Jungs. So sieht es aus. Hallihallo, ich grüße euch zu einem neuen Video. Wir haben Spannendes vor, endlich wieder Hechtangeln. Im Schlepptau habe ich mein Wallerboot und wir sind wirklich gespannt. Es geht diesmal nicht zum Deadbait. Ihr seht es, T-Shirt-Wetter, die Sonne lacht. Wir wollen probieren, so eine richtig dicke Hechtmodi abzuholen beim aktiven Angeln. Wir haben alles Mögliche am Start, sogar ein Baileyboot im Kofferraum, um richtig dicht ins Kraut vordringen zu können. Wir sind gespannt. Verschiedene Routen, verschiedene Köder. Es wird eine spannende Sache. Wir wollen einen richtigen Roadtrip machen. Boot im Schlepptau, Bulli. Und uns dann ein spannendes Gewässer raussuchen. Im Vorfeld habe ich schon mit ein paar Lokalmannatoren telefoniert. Auf diesem Wege mal ein großes Dankeschön an Dietmar Isayas, Olli Krage, Freddy Harbord. Das sind ja Jungs, die sind in Holland richtige Revierkenner. Das bin ich nicht. Aber die haben gesagt, Stefan, Sommer, Großhechtangeln, das ist schwer. Wir haben uns ein paar Reviere jetzt rausgesucht. Wir werden es probieren. Es wird ein fettes Abenteuer. Wir nehmen euch mit. Micha, begleidet mich. Jetzt sag mal was. So was soll ich Ihnen sagen? Irgendwas, das man jetzt momentan reinschneiden kann. Das sitzt jetzt direkt an. Überleg dir mal irgendwas nochmal, was du sagen könntest. Übers Angeln oder über mich als Person? Was du möchtest. Was jetzt den Film für unsere Zuschauer aufwertet. Also doch was über mich. Ja, schauen wir mal was geht. Ich bin ja auch ein kleiner Hechtangler. Wir haben noch ein paar Stunden Fahrt vor uns. Und ich denke und hoffe, dass wir uns noch heute bei Tageslicht irgendwo auf einem Teich sehen. Beim Schleudern, bei den ersten Würfen mit unseren Ködern. Wir sind gespannt, was passiert. Ihr seid dabei. It's Pike Time. Auf geht's. Na ja, die Mädelsblasen, aber wir haben es gleich geschafft. Muss mir ein Stück vor, wenn Micha da pinkelt. Mach ich hier mega Chaos. Weil die Autos sind da durch drin. Sorry. Entschuldigung, was hat man da in der Holland? Ja, Entschuldigung. Ja, hoppa. Wir sind gut gelandet. Jetzt müssen wir natürlich noch das ganze Boot vorbereiten. Und dann geht's raus auf den Teich. Und genau da sehen wir uns gleich wieder. Der erste Wurf ist immer einer der spannendsten am neuen Gewässer. Wie ihr seht, wir sind gut angekommen. Boot ist im Wasser. Boot schwimmt. Ich werde jetzt noch den E-Motor reinballern. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen einangeln. Wir haben uns relativ flach jetzt erstmal gesetzt. Erstmal das Gewässer, was für uns unbekannt ist. Ein bisschen kennenlernen. Uns ein bisschen einangeln. Jetzt ist auch gerade Mittagszeit. Also, mal die Strukturen ein bisschen kennenlernen. Ein bisschen rumgucken. Und dann denke ich, wenn die Sonne, der Planet ein bisschen verschwindet, wird es auch hier, hoffen wir, spannend losgehen. Micha hat den Cat Chat in der Farbe Fire Tiger montiert. Aber ich will jetzt gar nicht so viel schnacken. Ich will jetzt auch erstmal ein bisschen angeln. Die Köder, die wir verwenden, denen wir unser Vertrauen schenken, die stelle ich euch nachher nochmal ganz in Ruhe vor. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Der erste Hub, dritter Wurf. Unglaublich. Auf den Cat Chat. Und dann weg. Und dann weg. Hier ist er. unser erster Niederländer. Und guckt mal. Den Cat Chat voll inhaliert. Wahnsinn. Wir hammeren. Er ist noch nicht der Größte, aber ihr habt auf jeden Fall Vertrauen. Und das ist halt das Wichtige an dem Revier, wo wir hier sind. Man darf, besser gesagt, man soll, man muss die Fische zurücksetzen. Und bevor wir jetzt weiter an der Größe der Hechte arbeiten, zeigt euch Micha mal ganz ausführlich, was er da für ein einfaches System zusammengebaut hat und welches gleich nach wenigen Würfen den ersten Fisch gebracht hat. So, tipptopp. Erster Fisch gelandet. Ich zeige euch mal schnell die Montage. Relativ einfach. Wir wollten natürlich raus und wollten nicht viel Zeit investieren. Ich habe jetzt hier einfach unseren Cat Chat genommen. In der Barschfarbe. Hab den normalen Haken von dem Cat Chloric, was wir hier vorne reingeschraubt haben, abgemacht. Und hab dafür einen Triple Chlor Hook genommen. Den habe ich einfach hier hinten in dem unteren Bereich über diese Klammern fixiert. Das sieht dann so aus. Der Schwerpunkt ist unten am Fisch. Der läuft schön ruhig. Als Vorfach habe ich hier ein 80 cm langes Fluorcarbon von Quantum. Das ist ein Fertigvorfach einfach aus der Verpackung genommen. Aber tipptopp. Gerade hier für die klaren Gewässer. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Fuck. Wahnsinn. Gerade eben einen schönen Tag bekommen. Jetzt der Schwanz ab. Ja. Auf jeden Fall haben sie auf den Köder Bock. Wahnsinn. Die sind unglaublich. Kann man sich jetzt aussuchen. Der Schwanz ist zwar ab, aber vielleicht haben wir jetzt das nächste Gebiet gefunden, wo es hier knallt. Aber diese Fire Tiger Farbe hier, jetzt war der Schwanzlose. An dem Fall wäre jetzt noch ein Haken weiter hinten vielleicht sinnvoll gewesen, aber der muss den schon richtig packen. weiter geht's. Weiter geht's. Neuer Schwanz. Neuer Schwanz. Neues Glück. Diesmal Kuhpeddler. 18 cm. Ein bisschen Naturfarben. hat ja auch nicht lange gedauert. Nächster Fisch. Mega. Bei uns läuft's. Geil. Ja. Nummer 3. Jetzt im Drill. Aber hier ist schon ein bisschen Erdruck hinter. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Haben jetzt ein bisschen die Köder geändert. Sind jetzt mal ein bisschen in hellere Farben gegangen. Die Sonne geht jetzt langsam runter. Wir sind jetzt in einem tieferen Bereich. Und schon ein guter Fisch. Perfekt. Da kommt er. Boah, klasse. Alter. Ein richtiger Meter. Richtiges Ding. Richtiges Ding. Richtiges Ding. Daher. Das Ziel ist glaube ich am ersten Tag schon erreicht. Auf dem Peddler, wo der Schwanz hat grün. Das ist ein guter Meter. Das ist ein richtiges Ding. Erster Tag. Dritter Fisch. Micha ist heute der Fischmeister. Und das ist unser Zielfisch. Das ist der Koloss beim Werfen. Richtiges Ding. Richtiges Ding. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter. Das ist ein sehr, sehr guter Fahrrad. Auch da ist das ein bisschen größer. Aber ein Meter ist ein Meter. Zeigen wir euch mal das Ding. Mega, absolut geil. Wenn das mal kein Auftakt ist, ein paar Tage bleiben uns noch. Und die Köder war jetzt die richtige. Wir zeigen euch gleich mal den Köder. Top! Mega geil. So Micha, dann zeig uns mal den Erfolgsköder hier in der tiefen Rinne. Moment, ich muss gerade mal hier die Wassertropfen wegwischen, die uns der Hecht zurückgelassen hat. Wie er eben nochmal mit der Schwanzflosse zum Abschied gewunken hat. Ja, hier haben wir den Erfolgsköder Kuhpaddler. Habe ich gerade eben noch gewechselt. Die Sonne geht jetzt langsam runter. Die Helligkeit geht aus dem Gewässer. Und so eine Farben sind dann optimal. Müsst ihr mal UV-Lampe ranhalten. Dann seht ihr wie UV-aktiv dieser Köder ist. Denn UV-Strahlen gehen tiefer ins Gewässer als normales Sonnenlicht. Und dieser Köder leuchtet dann. Und das war jetzt hier der Erfolg. Und das war jetzt viel zu sein. Ohhhhhhh. Was ist das Ding? Wahnsinn. Unglaublich. Ich kann ja auch nichts sagen. Un-unglaublich. Jeder der immer mal mit der Spinnenroute losfährt und sich erhofft so einen Fisch zu fangen, kann das jetzt nachvollziehen. Da gehört schon einiges dazu, dass man so ein Glück hat, dass man innerhalb kürzester Zeit zwei so eine Fische fängt. Wahnsinn. Krass. Aber irgendwas hat er, müssen wir mal gucken. Krass. Irgendwelche Parasiten hier so. Ich weiß auch nicht. Auch das Auge ist total mächtig. Im Sonnenuntergang kommt der nächste Meter. Der vierte Fisch. Wahnsinn. Micha hat jetzt zweimal abgemetert am ersten Tag. Ich muss jetzt langsam hier nachziehen. Wahnsinnsteil. Ein Meter sieben. Dass ich das heute noch toppe, hätte ich mir nicht träumen lassen. Top. Was ein Tag. Was ein Tag. Was ein Tag. Also absolut genial. Am ersten Tag gleich so etwas erleben zu dürfen. Und wir haben 14 oder 15 Uhr war das Boot glaube ich im Wasser. Und jetzt haben wir ein Viertel nach acht. Ein paar Stündchen haben wir noch. Und dann müssen wir zurück an Bulli. Dann werden wir einen Grill anmachen. Und uns noch einen sicheren Parkplatz suchen. Wo wir heute Nacht übernachten können. Und dann morgen geht es weiter. Wahnsinn. Mega. Absolut geil. Das Boot ist sicher verankert. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Bulli aufräumen. Könnt ihr selber mal reinschauen, wie es da drin aussieht. Ja. Hier werden wir jetzt auch die Nacht verbringen. Wir machen jetzt noch einen Grill an. Es gibt was Leckeres zu essen. War ein geiler Angeltag. Es war heute wahrscheinlich nicht mein Angeltag. Aber das ist erstmal Wurscht. Micha konnte richtig geile Fische bei seiner ersten Holland-Session fangen. Und wir sind wirklich happy, dass das mit dem Gewässerplan, dem ersten Plan, den wir jetzt hatten, aufging. Große Hecht auf Hecht Muttis war unser Ziel. Und gleich zweimal wurde abgemetert. Guten Morgen, wie man hier so schön sagt in den Niederlanden. Ja, wir hatten eine harte Nacht hinter uns, obwohl wir gar nicht Nachtangeln waren. Im Hintergrund seht ihr das Chaos. Ich habe im Bulli gepennt. Micha hier vorm Bulli. Alles bewachen. Wir dürfen nicht so laut sein. Ich glaube, der pennt sogar noch. Und womit wir nicht gerechnet haben. Ohne Ende Moskitos hier bei uns am Bootsparkplatz in dem Schilfgürtel. Wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir eine relativ windstille Nacht hatten. Also wir wurden hier richtig zerballert. Ich habe gedacht, sowas passiert einem nur beim Welsangeln, aber auch beim Hechtangeln. Wenn man direkt am Ufer pennt, kann man ganz schön vermöbelt werden. Wir haben heute früh etwas länger geschlafen. Um 5 ging die Sonne auf. Da war ich schon mal kurz draußen. Wir haben jetzt 7 Uhr. Bereiten alles vor für den folgenden Angeltag. Heute haben wir einen ganzen Tag zur Verfügung. Wir sind mega gespannt. Gestern ging es ja schon in den ersten Stunden hier richtig gut vorwärts. Und wir wollen jetzt nochmal die Zeit nutzen, unsere Köder perfekt vorzubereiten. Und euch da mitzunehmen und euch zu zeigen, was wir genau einsetzen. Sowohl bei dem flachen Angeln, ganz dicht über der Krautkante. Und auch bei dem tieferen Angeln, wo Micha gestern diese 2 Riesenpikes, diese Metabolinen abgeholt hatte. Wir zeigen euch dann auch gleich mal, wie schnell und einfach ihr Stinger bauen könnt. Mit unserem Chlorhook von Quantum. Mit diesem Drilling mit der Gabel unten. Falls ihr da keine Fertigpforfächer einsetzen möchtet. So, und jetzt werde ich Micha mal aus seiner Höhle da treten. Schnell noch einfach und gut frühstücken. Und dann geht es raus auf den Teich. Sind gespannt, was uns heute erwartet. Wir sind ja gerade am Wursteln und am Packen und am Planen und am Diskutieren, was heute zum Einsatz kommt. In erster Linie wollen wir euch mal ganz kurz und knapp das Angelgerät vorstellen, was wir verwendet haben. Wir haben hier eine 4000er Rolle, die Carbo. Die Rolle nutze ich auch gerne im Salzwasser, beim Meeresangeln, zum Wallerspinnfischen oder halt zum Großhechtangeln. Ist eine tolle, robuste Rolle. Da brennt auf jeden Fall nichts an. Bespult haben wir unsere Rolle mit der Quantum Chick Braid. Eine 018er geflochtene Schnur. Schön sichtig. Absolut zuverlässig, auch bei den großen Ködern. Ihr könnt auf weite Entfernung schön den Anschlag durchzimmern, ohne dass da was anbrennt. Und könnt auf jeden Fall jedem Hecht hier Paroli bieten. Das Wichtigste beim Hechtangeln, da streiten sich ja oft immer die Geister, ist das Vorfach. Ihr habt es ja gestern gesehen, ein paar Fischer haben unseren Köder ganz schön weginhaliert. Und wenn ihr einfach eure Köder hier an der Geflochtenen anknotet und er überbeißt, dann ist das Spiel ganz schnell aus, denn der Hecht hat scharfe Zähne. Hier machen wir uns überhaupt keinen großen Stress. Es gibt Stahl, es gibt Titan, jeder Angler schwirrt auf was anderes. Uns beiden war es ganz wichtig, dass wir in dem relativ klaren Wasser hier sehr unauffällig angeln und auch möglichst fein unsere Köder präsentieren. Und deswegen setzen wir hier einen Fluor Carbon Vorfach ein mit einer Länge von 80 cm. Und da machen wir überhaupt kein großes Heckmeck. Hier nehmen wir ein Fertigvorfach. Das wird direkt mit einem Knotenlosverbinder oder mit dem Knoten eures Vertrauens an eure Hauptschnur angeknotet. Unten dran ist ein zuverlässiger, schöner großer Karabiner, wo die Chickköpfe oder eure Systeme perfekt schnell eingeklinkt werden. Unser Fluor Carbon hat einen Durchmesser von 0,70 mm, eine angegebene Stärke mit 27 kg. Also da brennt auf jeden Fall nichts an. Und ihr seid gegen die scharfen Hechtzähne sicher gewappnet. Und hier aus der Verpackung raus ist es ganz schnell einsatzbereit. Michas und meine Lieblingsruten bei der Großhechtfischerei, vor allen Dingen wenn wir auf relativ große Köder setzen beim Werfen, haben eine Länge von 2,70 m auch auf dem Boot. Uns stört das überhaupt nicht. Da können wir schön kraftvoll den Köder weit schleudern. Ihr könnt auch kürzer angeln, das müsst ihr selber probieren. Wichtig ist allerdings, dass ihr eine schöne, schnelle, straffe Rute habt. Also keine Rute, die eine Vollparabolik hat und sich schon so durchbiegt, wenn ihr euren Köder einleiert. Wir nutzen hier die Quantum Smoke mit einem Wurfgewicht bis 105g. Damit waren wir, egal wo wir unterwegs waren, bisher immer auf der sicheren Seite. Schaut sie euch mal an bei eurem Händler. Ein richtig geiler Stock. Ich zeige euch jetzt nochmal, was wir hier für ein Chaos bei uns auf dem Tisch haben. Beim Großhechtangeln gilt eins. Das ist unsere Meinung. Ein großer Köder erhöht natürlich eure Chance, auch einen großen Fisch zu fangen. Ihr könnt auch 1,20 m Hecht mit so einem Köder fangen. Aber ich denke, gezieltes Großhechtangeln, so einer richtigen Mutti, müsst ihr schon auch einen richtigen Happen bieten. Damit ihr das Interesse dieses Räubers weckt und er zuschnappt. Wir fokussieren uns bei der Ködergröße so auf Köder zwischen 18 und 24 cm. Ich zeige euch mal so einen großen Wurm hier. Der hat 26 cm. Das sind schon geile Köder. Und die meisten Aktionen gestern hatten wir auf Köder in der Größe 18 cm. Sowohl bei mir aus der Black Hat Range. Da seht ihr auch, dass Gummis, die eigentlich für Waller gedacht sind, auch richtig gut Hecht fangen können. Ich muss den euch jetzt hier mal in der Verpackung zeigen. Denn bei Michas Catchet, in dem geilen Basch-Design, war eine richtige Bank gestern ab, fehlt der Schwanz. Der wurde abgebissen. Aber das wisst ihr ja, da war er auf dem Boot dabei. Und natürlich der Q-Paddler, der Quantum-Paddler, auch in der Länge 18 cm. Hier in dieser schadrösen Farbe mit dem roten Schwanz. Der hat die nächste große Mutti gebracht und noch ein paar andere Fische. Das sind die Köder, die wir einsetzen. Hier vorne seht ihr unser System, was wir da sehr gerne einsetzen. Dadurch behält der Gummifisch sein komplettes Spiel. Unten der Quantum-Claw-Hook. Ein Drilling, also drei Punkte, wo der Hecht sicher gehakt werden kann. Wenn er den Köder nimmt, mit unten so einer Halteklammer. Die könnt ihr im Rücken oder auch im unteren Bereich des Gummis einfach reinstecken. Haket super, macht den Gummifisch so gut wie überhaupt nicht kaputt. Im Drill löst der Haken problemlos aus. Und vor allen Dingen für die Leute wie mich bestens geeignet. Dieses System, die nicht immer in der Lage sind, einen schick Haken ganz perfekt geradlinig durch so einen Köder zu führen. Im vorderen Bereich haben wir von Black Hat unsere Shed Claw Systeme. Das ist ein Schraubkopf. Wir haben beim flachen Angeln über dem Kraut auf sehr leichte Schraubköpfe mit 10 Gramm gesetzt. Und beim tieferen Angeln auf Schraubköpfe mit 20 bis 30 Gramm. Diese Systeme kriegt ihr auch fertig im Laden zu kaufen. Das ist unser Black Hat Shed Claw System. Allerdings ist das hier mit dem Einzelhaken ausgestattet. Mit dem großen, starken Einzelhaken zum Wälzangen. Für das Hechtangeln haben wir diesen Einzelhaken hier abgeschnitten. Ich mache euch das mal schnell auf und zeige euch das. Der ist mit einer geflochtenen verbunden. Dieser Haken war uns aber zu schwer, zu stark. Das System ist dadurch nicht kaputt. Wenn ihr jetzt hier zum Hechtangeln euren Drilling dransetzt und wieder Waller angeln wollt, entfernt ihr den Drilling und knotet einfach wieder euren Einzelhaken dran und könnt dann auf Waller losziehen. Und wie ihr mit diesem System euch ganz schnell, einfach und flexibel die passenden Stinger baut, das zeigt euch jetzt Micha. Die meisten von euch haben immer Angst etwas selber zu bauen, aber das ist gar nicht so schwer. Ich zeige euch jetzt mal wie schnell und einfach ihr euch ein Stinger bauen könnt, der ideal zu eurem Gummifisch passt. Als allererstes gehen wir mal auf die Komponenten ein. Ich habe jetzt hier ein Stahlvorfach. Und zwar habe ich da von Mr. Pike das Stahlvorfach genommen mit 14 Kilo Tragkraft. Absolut super. Und das Gute daran ist, in dieser Verpackung sind gleich die passenden Hülsen. Also ihr braucht da gar nicht lange rumsuchen. Ihr habt gleich ein paar Hülsen dabei, wo ihr euch ein paar Vorfächer machen könnt. Super Sache. Dann brauchen wir natürlich, um alles zu klemmen, eine Zange und in unserem Fall die Chlor Triple Hooks. So als erstes nehmt ihr euren Köder. Wenn ihr mal guckt, der sieht auch schon ganz schön verballert aus von gestern. Aber der reicht noch, der passt. Wir nehmen den jetzt, nehmen den Triple Chlor Hook und stecken den an die Stelle, wo er nachher auch sitzen soll. Wichtig ist, schön mittig rein. Der Schwerpunkt ist jetzt unten am Fisch. Er bricht nicht nach rechts, nicht nach links aus. Darauf solltet ihr achten. So hat er den Schwerpunkt schon unten und hat einen verführerischen Lauf. Jetzt kommt unser Schraubkopf zum Einsatz. Wichtig ist beim Einführen, dass ihr gerade die Schraube in den Fisch dreht. Absolut perfekt. Der Fisch ist jetzt richtig fest mit dem Kopf verbunden. Hier reißt nichts runter, hier arbeitet nichts. Eine absolute Zufall ist die Verbindung. Aber dennoch ist er total flexibel. Wenn ihr das hier seht, seht ihr das so? Absolut super. Wir haben jetzt den Abstand vom Schraubkopf zum Drilling und können jetzt mit dem Stahl diese zwei Komponenten verbinden. Als allererstes ziehe ich mir so ungefähr 20 cm runter von der Spule und schneide diese ab. Als nächstes nehme ich mir eine Hülse, schiebe diese drüber, nehme den Drilling rein, gehe wieder zurück. Ich bin jetzt einfach durch die Hülse durchgegangen. Dann durch die Hülse vom Drilling und wieder zurück durch die Hülse. Jetzt nehme ich mir das Ende, kniebe das Ende einfach so um 180 Grad um. Nehme mir die Hülse und schiebe jetzt die Hülse hier drüber. Somit guckt jetzt unten das Ende wieder raus. Also wir sind jetzt dreimal durchgegangen und somit haben wir eine hundertprozentige Verbindung, die nicht mehr aufgeht nach dem Pressen. Einfach runter geschoben bis an Drilling ran. Jetzt kommen wir zum Pressen. Jetzt nehme ich einfach die Klemme, packe die Hülse rein, drücke beherzt zu, mache diese auf. Jetzt seht ihr, hat sich wie so ein V gebildet. Und dieses V drücke ich platt, klemme dies noch einmal. Und somit habt ihr eine bombenfeste Verbindung, die nie aufgeht. Das gleiche machen wir jetzt nochmal oben am Schraubkopf. Dazu legen wir das Stahl rum, gehen wieder zurück und knieten das jetzt zusammen. So weiß ich immer, wo die Hülse hin muss. Dann wieder die Hülse drauf, lang runter, einmal durch, wieder zurück, oben hin. Und jetzt können wir den Abstand perfekt bestimmen. So, hier wieder zurück. So der Abstand passt. Einmal rein. Blatt drücken, zweites mal drüber. Das Ende abschneiden. Vorne drüber ziehen. So einfach könnt ihr Stinger bauen und auf alle möglichen Größen eurer eingesetzten Köder anfassen. Wir fahren jetzt über den kompletten Flachwasserbereich drüber, bis hier vorne das Wasser abfällt in eine zweieinhalb Meter tiefe Kante. Und dann lassen wir uns mit dem Wind über das Flachwasser, über das Grasland drüber treiben. Und probieren dort das nächste GroKo rauszuzotteln. Und dann können wir uns mit dem Wind über die Hülse zotteln. Und dann können wir uns mit dem Wind über die Hülse zotteln. Und dann können wir uns mit dem Wind über die Hülse zotteln. Auf den runter cré dem Wind über die Hülse rauszuvollt Clemens Abbtock. Und dann dni das noch opens hagend nirgendwer Das regnerische Wetter Bringt jetzt vielleicht die Hechte in Fahrt Geil Wichtig ist, dass hier bei dem warmen Wasser Die Fische noch eine Zeit lang haltet Sind sie natürlich ausgepowert als sonst Und dann hauen sie ab Weiter geht's Die Holländer brauchen glaube ich Richtig Steine irgendwo Soja, der Kutter geht fast unter Wenn wir da jetzt mal von einem Boot vorbeifahren Eine Welle reicht Dann liegen die Steine alle am Grund Endlich mal kein Regen mehr Das kann auch Spaß machen Aber die Fische machen es uns wirklich nicht einfach Ja, gestern war Micha sein Hechtag Grinsen über beide Backen Heute früh kam noch ein Fisch Ich bin jetzt also auch entschneidert Aber der restliche Tag Außer Regen nichts gewesen Und jetzt Kurz vor der Dunkelheit Guck, wir haben jetzt 17.30 Uhr Drei, dreieinhalb Stunden haben wir noch Dann ist es Zappeduster Kommt unser Unser Gewaltköder Unser Geheimköder zum Einsatz Also wenn da nichts geht Dann müssen wir Erhobenen Oder gesunkenen Hauptes Zum Bulli zurück Micha, zeig mal was wir jetzt machen Wir ballern da jetzt So ein 175 Gramm Tinka Tinka Eine schöne Schleiche dran Und schleifen die über den Teich Freak of Nature Der Name ist Programm Ja, pack das mal aus Das Ding Jetzt wird es ernst Der Gerät Jetzt schleppen wir Der Gerät Mit der letzten Chance Auf eine dicke Mutti Übers Kraut Am besten an der Krautkante vorbei Weil sonst haben wir einen Volleinschlag Absolut natürlich Gutes Ding Auf jeden Fall Spaß beiseite Ist ein geiler Köder Absolut naturgetreu Es gibt zwei Versionen Einmal ohne Tauchschaufel Einmal mit Tauchschaufel Wir probieren jetzt heute Abend Den mit Tauchschaufel Eine helle und eine dunkle Haben wir da im Einsatz Aktuell seht ihr gerade Die ganz natürliche Schleie Die dunkle Die helle Kannst ja mal zeigen Die liegt irgendwo im Eimer Genau Die beiden Geschwister Haken sind scharf Diese beiden Jungs Werden wir jetzt hier mal Über den Teich schleppen Und wenn die uns heute Kein Peiko Peiko mehr bringen Dann sagen wir Ja Jeder Tag ist ein guter Angeltag Aber nicht jeder Tag Ist halt ein guter Fangtag Das ist Angeln Das macht unser Hobby so besonders Oder auch nicht Selbst hier Wo man an manchen Tagen So richtig gut abräumen kann Wir machen weiter Bis gleich Wir haben jetzt den Kanal Verlassen Und sind jetzt wieder In den tieferen Seebereich Hier an die Kante zum Kraut Wo wir gestern die zwei Dicken hatten Und werden jetzt gestaffelt Unsere zwei Freaks of Nature So sehen sie auch aus Rauslassen Das nächste Regenfeld Kommt gerade auf uns zugetrieben Da oben Vielleicht bringen die uns noch Einen dicken Häute Verdient hätten wir es Wir haben viel geangelt Und heute wenig gefangen Ich fahre eine Geschwindigkeit von 4 kmh Bremse den Köder ein bisschen ab beim Rauslassen Wir werden eine Route relativ bootsnah angeln Und eine ein bisschen weiter raus Mal gucken wie tief sie laufen Wie sie sich verhalten bei der Geschwindigkeit Wir arbeiten jetzt erstmal ohne Sideplanner Ohne irgendwelche Hilfsmittel Einfach mal über die Gebiete drüber schleifen Wo wir die großen Hechte vermuten Und gestern auch fangen konnten Die Bremse ist fast zu 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 Unsere Freak of Nature Schleie läuft auf Circa 4 Meter Wenn wir eine Geschwindigkeit mit dem Boot Von 3,5-3,8-4 kmh fahren Und jetzt kommen wir einfach in flache Wasserbereiche Wollen unsere Köder näher an den Krautkanten anbieten Und da müssen wir auf jeden Fall mit dem Gewicht runter Den Köder eine etwas schlankere Form verleihen Trotzdem einen relativ großen Köder Oder eine lange Köderform einsetzen Um die Hechte zu animieren Und deswegen jetzt der nächste Köderwechsel Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine Beißzeit Zur Abenddämmerung hin Das ist der Quantum Curly Von dem ich euch eben erzählt habe Ein ganz geiler Köder Was es mit den Bleien hier unten im Bauch auf sich hat Das erklären wir euch später Der Köder ist montiert an unserem Yolo-Chat System Das ist ein Fertigsystem Das ist ein ganz cooles Teil Und ihr seht schon hier vorne Ist ja ein riesen Abstand vorhanden Sieht ein bisschen komisch aus Aber das hängt damit zusammen Dass ihr hier wahlweise Das Gewicht des Köders erhöhen Oder minimieren könnt Und wir haben jetzt alle Bleie runter gezogen Wie das genau funktioniert Zeigen wir euch nachher nochmal in Ruhe Wir haben jetzt gerade noch 6 Gramm Gewicht Auf dem Köder drauf Also ganz ganz leicht Dass wir ihn schön nah an der Krautkante schleppen können Ohne dass er Kraut einsammelt Ja Jetzt haben wir doch noch hier einen kleinen Begeisterungsanfall, ein Hecht der sich erbarmt hat, hängt ganz knapp am Jolochette System. Der zweite Fisch, der zweite Fisch des Tages. Unglaublich, unglaublich. Eben gewechselt, näher an die Kante herangefahren, trotzdem große Köder behalten. Kein Riese, aber wir haben heute wirklich für lang, lang gerackert. Vittere Heile. Ciao, ciao. Regen hört auf, die Sonne kommt raus, eigentlich genau das Wetter, wo nichts beißt. Da fangen wir Fische. Naja, eine Drift macht man noch. Es geht. Untertitelung. BR 2018 Wir werden nochmal die Köder wechseln. Ihr seht, es wird ein bisschen helleres Wetter. Regen ist vorüber. Leicht. Da kommen wir jetzt noch ein Biss in den Fisch. Beim Reinholen Fisch. Der Wahnsinn. Hier ist die Tinka Tinka. Die habe ich vorhin gewechselt gegen etwas ganz Auffälliges. Eben wollte ich den NXXL Köder eintauschen. Das ist ja verrückt. Ihr seid jetzt gerade live dabei. Reingeholt und in der Beschleunigung geht er drauf. Und jetzt beim Einholen, den ganzen Tag gekämpft, kommt ein Fisch. Verrückt. Wirklich verrückt. Der hat mir auch eine verpasst. Aber ich denke, das ist fair. Ich glaube, wir machen noch eine Runde. Vielleicht geht es jetzt zum Abend hin auf. Also jetzt in den letzten paar Minuten. Zwei Fische hier beim Schlecken in der Rinde. Und das haben wir weiter. Das ist doch wirklich der Wahnsinn des Hechtangelns. Wir haben 21 Uhr. Mittlerweile haben wir auch wieder ein Lächeln auf dem Gesicht. Wir konnten es nochmal umbiegen, diesen harten Tag voller Regen. Jetzt kommt plötzlich hier die Sonne raus. Gleich wird es dunkel. Wir haben jetzt auch beschlossen, obwohl wir vermuten, dass jetzt nochmal eine geile Beißzeit ist. Wir denken nämlich, dass diese Sonnenstrahlen, die jetzt die Wasseroberfläche überall nochmal kitzeln, unsere Köder in einem schönen Kontrast darstellen. Und die hechten natürlich diese Köder, wenn sie vorbeikommen, egal ob beim Werfen oder beim Schleppen, attackieren werden. Aber wir wollen morgen unseren Tag ein bisschen anders planen. Wir haben vorhin mal im Wetter geschaut. Es soll morgen etwas besser werden. Es wird auf jeden Fall kein sonniger Tag. Aber wir werden weniger Regen haben und mehrere Phasen mit einem blauen, sonnigen Himmel. Wir werden morgen relativ früh aufbrechen. Also 5, 6 Uhr wollen wir auf dem Wasser sein. Bis um 10 mal diese Phase mitnehmen. Auch in ein anderes Gebiet fahren. Wir haben jetzt ein Gebiet hier gefunden, wo einige Inseln auf dem Teich, sage ich immer, auf dem großen See hier zu finden sind. Und diesen Flachwasserbereich im Morgengrauen durchkämmen. Zur Mittagszeit wollen wir dann ein bisschen chillen, weil wir haben jetzt wirklich die letzten zwei Tage relativ wenig gepennt, viel, viel geangelt. Und dann uns morgen so 16, 17 Uhr bis vielleicht 22 Uhr, 23 Uhr auf die Abendstunden konzentrieren. Das ist unser Plan. Wir machen jetzt unsere Drift noch zu Ende. Vielleicht kommt noch einer. Ein Stückchen haben wir hier noch in der tiefen Rinne und dann geht es rüber an Bulli. Wird etwas Leckeres gekocht. Das zeige ich euch später noch. Wenn ihr eine Ahnung habt, was es heute Abend bei uns auf dem Grill am Bulli gibt, postet es mal in die Kommentare von dem Video. Ich glaube nicht, dass ihr es erraten werdet. Wenn es einer von euch errät, gibt es auf jeden Fall einen fetten Preis. Ich bin mal gespannt. Denkt mal nach. Ratet einfach mal blind drauf los. Es ist auf jeden Fall nicht einfach und es ist ein sehr, sehr delikates, leckeres und sehr, sehr ungewöhnliches Essen für Angler. Bis später. Wir sind gut in unserem Hafen gelandet. Im Hintergrund seht ihr das. Der Bulli sieht aus wie ein Packesel. Aber wir leben gerade aus dem Auto hier beim Hechtangeln. Und wir hatten da ja noch was. Ihr solltet ja mal ganz kräftig in die Kommentare posten, was es heute Abend zu essen gibt. Und ich werde das jetzt auflösen. Die Beilage ist, denke ich, den meisten ganz klar. Bratkartoffeln. Und der Hauptgang, dazu gibt es vom Grill ein saftiges Reh-Rücken-Filet mit Kräuterbutter. Das sollte passen. Ich bin mal gespannt, ob es jemand da raten hat. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen früh im Sonnenaufgang hier draußen auf dem Teich bei der Großhechtjagd. Gutes Nächte. Gehtemögen, wie man so schön hier in den Niederlanden sagt. Die Sonne lacht, blauer Himmel. Bin mal gespannt, ob es heute besser läuft. Wir sind früh auf den Beinen. Es ist kurz vor sechs. Eigentlich hätte man noch mal früher aufstehen können. Aber ein bisschen pennen muss man ja. Aber jetzt geht es los. Wir ballern jetzt mal da raus und geben unser Bestes, gleich in den Morgenstunden einen schönen Hecht abzuholen. Auf geht's. Wir haben uns für die ersten Driften jetzt hier am frühen Morgen hier mal ganz dicht unter Land gestellt. Zwischen mehrere Inseln, ganz direkt ins Flache. Wir haben eine Wassertiefe hier von 1,50 bis 1,70. Viel, viel Gras im Wasser. Ich zeige euch mal meinen Köder, mit dem ich jetzt heute früh starten werde. Ich habe den Ketschat im Busch-Design montiert an unserem Offset-Hook. Davon verspreche ich mir auf jeden Fall, dass ich relativ lange den Köder auch im dichteren Krautdschungel führen kann, ohne Kraut einzusammeln. Hinten dran ein kleines Spinnerblatt in den Gummi gesetzt. Ich denke, das könnte funktionieren. 10 Gramm, leichtes Blei, dass der Köder schön unten gekielt wird, also schön geradlinig läuft. Gucken wir mal, ob der Plan aufgeht. Ob die Hechte heute uns ein paar mehr Zähne zeigen. 10 Gramm, leichtes Blei, dass der Köder schön ist. Was war da jetzt top? Vorfachberührt. Vorfachberührt zählt als Gefangenen, oder? Wenn du wie gefangen? Ist das schön? Warten noch ein Wisch. Zählt der? Als gefangen? Ja. Na ja, wenn so ein Tag beginnt, gleich am Boot abgeschüttelt. Da stinkt er. Aber, Micha auch, den Ketschett im Baschdekor. Vielleicht wird jetzt die Sonne rauskommen, werden sie wieder aktiv. Erste Aktion jetzt im Kraut. Die Sonne hat sich verzogen. Eben haben wir nochmal einen richtigen Guss abbekommen. Also das Wetter ist sehr schnell wechselhaft. Und auch das grundnahe Angeln hier im Grasland hat keine richtige Fischaktion gebracht. Wir haben uns jetzt ein bisschen beraten. Auf dem Handy mal geguckt, was der Luftdruck macht. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiges Merkmal beim Angeln. Wir haben gesehen, dass der Luftdruck rapide angestiegen ist. Fast 40 Hektopascal Luftdruckanstieg von 980 auf 1020. Und das kann natürlich in den flachen Bereichen hier den Hechten auf den Magen schlagen. Also flache Gewässer sind dann natürlich viel anfälliger als tiefere Gewässer. Und deswegen... Jetzt hubt da hinten einer. Das Segelboot will vorbei. Den müssen wir mal kurz vorbeilassen. Vor lauter Gelaber-Rhabarber hätten wir fast hier das Piratenboot übersehen. Jetzt können sie aber an uns vorbei. Er hat gehupt. Auf jeden Fall, dieser Luftdruckanstieg wird wahrscheinlich nicht das Beste sein für die flachen Gewässer. Und ihr kennt es schon, wir sind wieder in einem kanalisierten Bereich. Also in dem Gebiet, wo wir uns befinden, ist der Vorteil, wir können relativ schnell von den flachen Bereichen, den krautreichen Bereichen, in den Kanal wechseln. Ihr seht, wir sind schon wieder im kanalisierten Stück. Wir werden jetzt ein ganzes Stück runterfahren und haben dort noch einen Gewässerabschnitt, der 6, 7 Meter tief ist. Und werden dort probieren, ob die Fische ein bisschen besser reagieren auf diesen schnellen Luftdruckanstieg. Wir müssen ein bisschen flexibel bleiben. Wir erreichen hier relativ schnell unterschiedlichste Gewässerstrukturen. Und das ziehen wir jetzt nochmal durch. Ganz schön abenteuerlich, hier neben den ganzen großen Pötten geht es in das tiefere kanalisierte Stück. Alle Gewässer sind hier mit so kleinen Schleusen und Kanälen verbunden. Da haben wir als Raubfischangler natürlich die besten Möglichkeiten, dem Wetter und den starken Luftdruckschwankungen ein bisschen entgegenzubirken durch eine permanent wechselnde Platzwahl. Wir haben im kanalisierten Stück jetzt ein Gebiet erreicht, wo wir ein längeres Stück Naturufer haben. Also Schilf ragt da über die Kanalmauer herüber und ist auch teilweise am Ufer verwachsen. Der hintere oder der vordere Bereich, den ihr seht, wird dann wieder direkt kanalisiert. Und hier probieren wir jetzt mal mit kleineren Ködern, ob wir erstmal was ans Band kriegen. Das Wasser ist hier deutlich tiefer. 4, 5 Meter haben wir. Und vielleicht macht hier der Nieselregen und der extrem gestiegene Luftdruck. Nichts aus. Was? Ich habe jetzt hier ein Shutterbait von Quantum 4Street mit einem S-Bass montiert. Geiler UV-aktiver Köder. Das Orangene leuchtet richtig. Top Ding. Mal gucken, ob der was bringt. Und ich habe den gleichen Chat drauf, nur mit einem Chick-Haken und hinten noch einem Angst-Haken. Ich werde ein bisschen chicken. Mischa wird ein bisschen spinnen. Mal gucken, ob das kommt. Der kann sich da schon mal sehen lassen. Auf jeden Fall kommt jetzt langsam hier ein bisschen Action wieder ins Spiel. Der Plan geht auf, das flache Wasser zu verlassen. Schöner Snook und ein Cheddarbait. Schöner Hecht auf dem Cheddarbait. Plan ging auf, hat funktioniert, super. Bei uns sieht es wirklich aus hier, wie wenn jemand auf unserem Bildschirm rumgekriegselt hätte. Ein guter Tipp an euch, wenn ihr an einem neuen Gewässer, an einem euch unbekannten Gewässer unterwegs seid und habt die Möglichkeit, einen Echelot mit dem Kartenplotter zu benutzen, zeichnet eure Triftspuren auf. Hier seht ihr das. Das haben wir die letzten paar Tage hier vollzogen. Jede einzelne Spur, wenn ich so reinzoome, ist der Triftweg unseres Bootes. Wenn ich jetzt hier ein bisschen rübergehe, das ein bisschen aufzoome, kommen da Punkte. Fisch, Fisch. Geh nochmal ein bisschen raus. Hier oben. Fisch. Wir haben uns bei dieser Tour jeden Punkt markiert, wo wir eine Aktion hatten. Ein Biss, ein Fisch gelandet, ein Fehlbiss, um das Gewässer möglichst schnell kennenzulernen und immer auch die Hotspots, das können ja auch oft auf so großen Gewässern, auf so großen Wasserflächen, wo wir gerade unterwegs sind, ganz, ganz kleine Punkte sein. Und da hilft sowas unheimlich weiter. Und jetzt versuchen wir immer wieder, je nachdem wie der Wind steht, wo wir hingedrückt werden, unser Boot perfekt in die Trift zu setzen und uns dann über diese heißen Bereiche, die man nach ein paar Angelstunden, manchmal sind es auch Tage, kennenlernt und auch ein paar Spots sich gespeichert hat, drüber zu treiben. Und so kommt man dann irgendwann zum Erfolg. Guckt mal, ich gehe jetzt mal hier ein bisschen größer rein. Hier sind alle unsere Triftstrecken wieder zu finden. Hier oben ist zum Beispiel der Bereich, wo wir geschleppt haben, diese Schleppkurven. Immer wieder eine Trift daneben gesetzt, um die Fahrrinne perfekt abzuangeln. Und hier unten seht ihr überall Fischaktionen. Die Fische sind da, die haben vielleicht nur gerade das Maul zu. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir so eine Trift ansetzen. Wir befinden uns gerade im tiefen Bereich von diesem riesigen See. Zur rechten Hand rüber kommt eine Kante, geht hoch in das Flachwasser, wo wir drauf waren, in dem Grasland geangelt haben. Wir vermuten jetzt einfach, die Fische im tieferen Bereich stehen, aber vielleicht haben sie die Fresse zu. Die Hechte stehen dann hier unten am Grund. Wir können ja mal ein Stück fahren, ob wir irgendwo eine Fischsichel sehen. Dann zeige ich euch mal genau, was wir meinen. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Behalt dabei immer meinen Kartenplotter hier drüben im Auge. Hier kommen wir jetzt gerade über einen Punkt drüber, wo der Micha den 1-Meter-Hecht hatte. Fahren wir jetzt gerade dran vorbei. Und hier seht ihr jetzt, wie langsam die Kante hochläuft. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen reinsetzen, hier unten seht ihr einen Fisch. Kann irgendwas Kleines sein, muss nicht immer ein riesen Hecht sein. Hier unten ist Aktivität am Grund. Und wir haben auch immer, hier ist was unterwegs, wir haben auch immer wieder größere Bereiche von Futterfischblasen gefunden. Das sind dann so rote Blasen hier auf eurem Bildschirm. Jetzt fahren wir mal die Kante hoch. Und wir versuchen an dieser Kante vom Flachen ins Tiefe unsere Köder anzubieten. Denn das ist oft ein Punkt, wo die großen Hechte stehen, gucken, ob irgendwelche Nahrung drüber schießt. Und dann irgendwann, wenn sie, hier seht ihr, Kleinfische sind unterwegs. Und hier geht jetzt die Kante hoch. Hier kommt sie jetzt hoch in den flachen Bereich. Der erste Absatz war das. Ich fahre noch ein Stück rüber. Und jetzt geht es gleich hoch wie eine Wand. Hier geht es hoch wie eine Wand ins Grasland. Jetzt sind wir auf 1,50. Und hier kommen die ersten Pflanzen im Wasser. Eben waren wir noch bei über 4 Meter. Und wir vermuten einfach, dass die Fische, die großen Fische, hier unten an der Kante stehen und irgendwann ihren Rappel bekommen. Wenn die Basche, die Prassen, die Rotaugen hier drüber ziehen und dann zuschnappen. Und diesen Zeitpunkt, das müssen wir halt als Hechtangler immer irgendwie durch Glück, durch Erfahrung, durch Zufall erhaschen. Und dann muss unser Köder passen und über die Mutti gezogen werden und dann knallt es. Die Devils handelt felt the weight of my own sin. Burdened by the heart of man down to the river, down to the river. Oh, oh, bury me, carry me, oh, oh, far beneath, oh, oh, fire in the water me, going down deep, saying, oh, oh, bury me, carry me, oh, oh, fire beneath, oh, oh, fire in the water me, watching me clean, kerosene creek. Die Schleie ist Verlass. Letzter Abend jetzt, unsere letzten paar Stunden Routen nochmal gesetzt mit den beiden Freak of Nature Schleien. Das sind wirklich Freaks hier. Wie ihr seht, das ist kein Riesenhecht, aber der steht auf Riesenköder. Mama taught me how to live, Daddy taught me how to give. Both of them had their own sins, down to the river. Every man has felt the shame, all our love, it runs the same. Father, hear us as we pray, down to the river, down to the river. Sing, oh, bury me, carry me, oh, I believe Volleinschlag eben, Jungen. Jetzt halten wir uns die Abenteuil rein. Wo trete jetzt weg? Unglaublich, unser letzter Abend. Wir wollten jetzt eigentlich nur noch die Tingas zurückschleppen. Wo es so aussieht, könnte es vielleicht sogar mal ein größter Fisch werden. Das Beste kommt immer zum Schluss. Oh, 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 fire and water me, going down deep. Say, oh, oh, bury me, carry me, oh, oh, far beneath. Oh, oh, fire and water me, watching me through increasing ger Austin Creek, yeah. oh, air брать exit creek, oh, down through the river, yeah. Down to the river Was ein Fisch! Geiles Grokohol. Freaks of Nature, das sind die Angler und das sind auch die Köder, mit denen wir solche Fische fangen. Wahnsinn! Das ist Hechtangeln, das ist Hechtangeln. Micha am ersten Tag gleich richtig abgemetert und ich bekomme meinen Meter in den letzten Angelminuten. Hier auf dem großen Reich. Geil! Meter fünf, Sommerhecht. Das war ein Kassier. Wahnsinn! Das ist Hechtangeln, Jungs! Das ist Hechtangeln, das ist Hechtangeln. Das ist Hechtangeln. Das ist Hechtangeln, das ist Hechtangeln. 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 Das ist Hechtangeln.